Die kabellose Hilti-Kreissäge von Toolbot. Sie eignet sich für gerade Schnitte, die damit auch im Winkel, also auf Gehrung, gesägt werden können. Wie man grundlegend eine Kreissäge benutzt. Bevor du mit allen anderen Vorbereitungen beginnst, lad den Akku auf. Zum Betätigen der Säge drücke zuerst die Einschaltsperre oben und dann gleichzeitig den Schalter unter dem Handgriff. Halte die Säge immer mit beiden Händen fest. Um Sägestaub abzusaugen, kannst du deinen Staubsauger hier anstecken. Befestige das Werkstück an etwas Festem oder besorg dir eine helfende Hand. Führe die Säge immer nur eingeschaltet gegen das Werkstück. Nicht zu stark schieben, je langsamer, desto sauberer und sicherer sägst du. Für einen geraden Schnitt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die gängigsten zeigen wir hier. Zeichne eine Linie an, an der du entlang sägen willst. Orientiere dich an den Markierungen vorn an der Grundplatte. An der linken Seite siehst du Markierungen, die dir zeigen, wie weit du einsägst. Das Sägeblatt sägt bis zur Markierung 0. Kommst du mit der Materialkante bei 50 an, heißt das, dass du 50 mm bzw. 5 cm weit in das Material gesägt hast. Eine zweite Möglichkeit ist das Sägen mit dem Abstandshalter. Diesen kannst du auf beiden Seiten einstecken und in gewünschtem Abstand zum Sägeblatt feststellen. Die dritte Möglichkeit ist, ein gerades Brett oder eine Schiene am Werkstück zu befestigen und daran entlang zu sägen. Addiere dazu zum gewünschten Maß den Abstand zwischen Außenkante der Grundplatte und Sägeblatt. Den Sägewinkel, auch Gehrung genannt, kannst du hier verstellen. Dazu den Klemmhebel mit Linksdreh lösen, auf der Skala den gewünschten Winkel einstellen und den Klemmhebel durch Rechtsdreh feststellen. Um die Schnitttiefe einzustellen, löse den Klemmhebel an der Seite. Stelle die Schnitttiefe an der Skala hinter den Griff ein und stelle den Klemmhebel durch Rechtsdreh wieder fest. Stelle das Sägeblatt auf die Dicke deines Werkstücks ein. Es sollte etwas weniger als eine volle Zahnhöhe aus dem Werkstück ragen. Zum Thema Sicherheit und Sägeblattwechsel findest du weitere Videos in der Toolbot App und auf YouTube.